Hallo, willkommen bei Yoshi's Island. Wir starten die letzte Welt, die letzte Schlacht. Werden wir Baby Luigi retten können? Natürlich können wir das denn, ich habe das Spiel schon mal durchgespielt und weiß das, aber ist ja egal. Also wir gehen in diese Welt, wir haben keine Ahnung was dieses Monster ist, es ist ein Wunderschön. Bowser's Schloss, okay, es ist wirklich Bowser. Bowser's Schloss also, also Bowser hier zu suchen. Er macht mit Kamek gemeinsam eine Sache, erscheinend. Aber der Mario noch ein Baby ist, das Bowser natürlich auch noch ein Baby. Also es ist nicht Baby Bowser, oder? Okay, es ist Baby Bowser, aber es ist der echte Bowser und nicht Bowser Juni oder so. Ooooooh, du erwischst mich nicht. Danke, so. Gut. Und durch. So. Okay. Es geht weiter. Das letzte Level. Auch das erinnert mich an Super Mario World. Tür Nummer 2. Oder so. I-Elein. Gey. Stolz. Dimbo. Alles mögliche, alle möglichen Beispiele. So. Wir sind in Gey Raum gelandet. Oh nein, nicht du schon wieder. Wie-Wig. Bekommen wir dich da unten weg? Ihr könntet uns sehr gefährlich werden und so, bitte verpisst euch. Gut, okay, das haben wir mal erledigt. Ähm, ja, da kommen wir, glaube ich, ja, anders hin. So, okay. Wo sind wir jetzt? Wir sind bei Russen und Moslems. Nein, keine Ahnung, nein, nicht ich. Sagen wir so, wir sind bei Shygeist, die sich durch Bomben selbst getötet haben, und zwar durch Feuer. Ein paar sind ja noch beim Selbstumbringen dabei. So, zufrieden? Danke. Und hier kommen wieder mal solche Kranken. Die haben wir bis jetzt, glaube ich, nur einmal im Spiel gesehen. Die haben auch noch Haare, aber ich fände die total krank. So, und hier können wir auch noch auf. So, ich will noch mal zuerst runter. Weil ich hab... Oh ja, es leckt schon wieder, was ist denn heute los, hm? Nein, ich sollte den zuerst umdrehen lassen und ihn dann einfach essen, so. Es war gut, dass ich hier noch war. So. Aber können wir, wenn wir durch einer von diesen Twinkie in alle roten Münzen und alle Blumen finden? Ich hab irgendwie in Erinnerung, dass das sogar ging, ja. So, und jetzt, äh, ich weiß nicht, ob das von selbst irgendwann zusammen geht. Ich glaube nicht, okay. Wir brauchen natürlich einen Schlüssel und was war denn das gerade für ein komischer Leck? Wisst ihr was? Kurz. So, okay. Also, ich geh mal da zurück in irgendeine Tür, so. Oh mein Gott, sag nicht schon wieder. Sag mal, langsam, Schleimi, nervst du mich. Schleimi, du willst es wohl auf die harte Tour. So, bist du tot? Bitte. Danke. Komm, gib einen Schlüssel her, Alter. Danke. Ich bin nicht dein alter Kumpel. Hey, ich bin nicht dein Kumpel, mein Freund. Ich bin nicht dein Freund, Kumpel. Ich bin nicht dein Kumpel, Alter. Ich bin nicht dein alter Kumpel. Ich bin nicht dein Kumpelfreund. Ich bin nicht dein Freund, Kumpel. Was schon, Endboss? Okay, man kann nicht alle bekommen. Ich weiß nicht, aber es fehlen nur für deine Blume. Kommen die noch? Nein, ich glaube nicht, aber es sieht aus wie ein Spielzimmer. Und Kamek macht gerade irgendeine Gerichtig essen. Nein, aber Puscheln können wir essen. Ähm, ja. Okay, da kommt doch noch. Okay. Da oben bitte. Das bitte weg. Bitte da oben. Weg, 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 weg. Da oben. Da oben, das da. Mensch, du scheiß Arsch von Kamek. Das da da oben. Hallo. Nicht mich. Ach, dann muss ich es wohl auf die harte Tour machen. Okay, aber da auch nicht. Ich lasse mich schnell mal sterben, weil ich will gleich alles schaffen. Oder so. Oh, la, la. Wow, voll episch der Schluss, oder? Oh mein Gott, und der hat es geschafft. Scheiße, war da jetzt überhaupt ein Speicherpunkt? Okay, es war ein Sternkreis irgendwo. Ja, da, Karl. Toll, 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 toll. Vielleicht erwischen wir eine andere Tür oder so. Ich bin ja so ein Held. Okay, Nummer vier. Eine andere Tür. Aber ich glaube, man kann alles bekommen. Nein, kein Gewackeler. Die Wackeltür. Ja, aber wenn man das vierte trifft, dann ist man irgendwie, dann scheint einem die Sonne aus dem Arsch, oder? Wow. Dann scheint einem, ja, wirklich die Sonne aus dem Arsch. Das ist unglaublich. Was? Dann scheint einem die Sonne aus dem Arsch. Ich sag's ja. Dann, dann hat man es eigentlich schon geschafft. Okay, und jetzt bitte kein Fail mehr. Nicht mich treffen, Kamek! Kamek, mach mich nicht unglücklich. Kamek. Ja, weißt du was? So. Ja, bitte da oben irgendwas kaputt machen, oder so. Oder ich geh einfach so rauf, danke. So. Kamek, du kannst gar nichts. Du kannst nichts außer Wild rumfuchteln und... Vielleicht bist du... Vielleicht wärst du ein guter Geometrielehrer geworden, Kamek. Aber ich weiß ja nicht. Ja, weißt du was? Ist mir jetzt auch egal. Ich will diese Rote Münze, danke. So. Ja, abdehme ich gleich um. Sterbe ich jetzt nochmal, oder was? Warum bin ich so scheiße, Mensch? Schutzwall. Nein, nicht Puschels. Nein, nicht Puschels. Rote Münze, bitte. Oh nein, Gott, dein Schrei-Guy. So, danke. Genau das, was ich wollte. So. Nein, bitte nicht. Bitte nicht. Ach, Gott. Ich dachte, das ist Pausa-Festung und nicht Kameks-Festung. Aber wie du willst, Kamek. Verzauber halt weiter. Ich wurde verzaubert. Von Kamek. Und da ist die letzte Blume. Und wie kommen wir hier rauf? Scheiße. Ah, eigentlich. So, okay. Wir haben alles. Und hier, der letzte Endpost mit einer riesigen Tür. Ich mache einen Safe-State. Nur für alle Fälle. Ich will ihn besiegen, ohne dass ich einen Mimi verliere. Offscreen dann. Ich fülle meine Mimis auf. Ich habe 30 Mimis. Ich kann in dieser Welt mit einem Versuch 100 Punkte schaffen. Das ist der letzte Endpost. Ich betrete die Tür. Im nächsten Part. Tschüss.